Das Feuerelementar ist in der Provinz Metrica zu finden. Wir steigen hier gerade in der zweiten von drei Vorquests ein. Ganz im Norden der Provinz Metrica findet sich die Wegmarke Muridianisches Hochland und dann folgen wir nach links dem rot markierten Weg in den Reaktor hinein. Bei dem Kringel startet das finale Event. Beim ersten Event geht es darum, glaube ich, diesen Roboter nur bis hierhin zu begleiten. In dem zweiten Event, das wir jetzt gerade sehen, wandert der Roboter durch die ganze Einrichtung und wird von Mobgruppen angegriffen, die natürlich beseitigt werden müssen. In der dritten Vorquest wandert er dann in den Norden zum finalen Punkt, wo auch das letzte Event startet und muss dann fünf Minuten lang beschützt werden, während er diese Giftwolken absolviert. Und hin und wieder spawnen kleinere Mobs, wo man sich schon echt ranhalten muss, die überhaupt noch zu erwischen. So, wenn die fünf Minuten um sind, dann platzt der Roboter und daraus entwächst schließlich dann das Feuerelementar. Da ist es dann auch. Wenn man zu nah rangeht, verbrennt man sich die Pfoten. Feuerelementar läuft. Also da geht auch relativ schnell das Leben runter. Ansonsten sollte man hier vor allen Dingen vor den roten, brennenden Kreisen außerhalb aufpassen und er spawnen so kleine Feuerelementar-Lingeln, glaube ich heißen die. So kleine Flammenwesen, die wild durch die Gegend wandern und ebenfalls nicht so ganz angenehm sind. Ansonsten gibt es nicht viel zu beachten. Einfach drauf und durch. Ansonsten gibt es nicht viel zu beachten. Ansonsten geht es nicht viel zu beachten. Okay. Das war's für heute. Oh, 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 save yourself. White Bunch. White Bunch. White Bunch. Untertitelung des ZDF, 2020